Soll's für immer sein. Mit Shield Booster auf NDR 90,3, Irene Schier war das. Es gibt Auszeichnungen, über die sich Gastronomen freuen. Ein Stern, eine Haube, eine Plakette vor einem Restaurantführer oder sowas ähnliches. Heute Nachmittag stellt sich in der Handelskammer ein Verein vor, den es noch nie so gab. Ein Verein, der die gastronomische Qualität und die Kultur Italiens in Hamburg hochhalten will. Zwei der Gründungsmitglieder sind Remigio Poletto und sein Partner Luigi Francia. Sie nennen sich Artisti del Belpaese. Das sind die Künstler des schönes Landes. Eine Zusammenarbeit zum Bringen die italienische Kultur in Hamburg. Italienische Gastronomen, die Produkte von Italien, aber auch Musik, auch Kultur und auf jeden Fall auch Kunst. Und was sich noch dahinter verbirgt, das sagen die beiden Ihnen gleich. Bobby Bär auf NDR 90,3. Durch den Verein Artisti del Belpaese, der sich heute Nachmittag in der Handelskammer vorstellt, soll niemand, der in Hamburg ein italienisches Restaurant betreibt, diskreditiert werden. Aber um Künstler dieses schönen Landes zu werden, so heißt ja der Verein, wollen Remigio Poletto und Luigi Francia schon ein paar Bedingungen erfüllt sehen. Wir wollen nicht, dass in einem italienischen Betrieb jetzt nur Italiener arbeiten unbedingt, aber zumindest wenn ein italienischer Lokalitaliener sein soll, dass einige Italiener in der Geschäftsleitung beziehungsweise oder im Servicebereich oder in der Küche. Das ist ein grundsätzliches Motiv, weshalb wir das mitgegründet haben. Es geht ja um eine Qualität italienischer Produkte. Wir stehen dahinter, dass für ein italienisches Gericht auch nur italienische Produkte benutzt werden. Als Banalität kann man sagen, der Pizzeria mit einer Pizza mit Prosciutto, kann nicht sein, dass ein gekochter belgischer Schinken draufkommt. Klare Worte, denen aber auch Taten folgen sollen. Der Verein will künftig ein Siegel vergeben, auch wenn noch nicht so richtig viele Italiener mitmachen. Auf jeden Fall, wir werden achten, dass diese Siegel kommen nur in die guten und italienischen Restaurants. Naja, wir sind noch an den Anfängen und Mitgründer ist auch Claudio Spinsanti mit Bremigio und mir. Und zum Beispiel er mit seiner Porto Novo, wir mit unserer Poletto Weinbar, haben wir gesagt, fangen damit an. Und wir gucken jetzt, wie weit wir kommen und wie die Resonanz ist. Am Anfang muss ich sagen, die Leute hören sich das gerne an. Und wir werden peu a peu gucken, wie die Leute reagieren. Noch sind wir zu neu und diese Frage richtig beantworten zu können. Auf eins sind die beiden übrigens richtig stolz. Sie haben einen deutschen Koch, Stefan, dem sie das italienische Kochen beigebracht haben. Denn gute italienische Küchenchefs sind kaum am Markt. Erstmal ist es sehr schwierig, einen italienischen Koch zu haben. Da sind ganz wenig Köche unterwegs und man muss immer sie arrangieren. Und die deutschen Köchen sind gute Handwerker. Und Luise und ich geben mir immer viel Mühe, zu übertragen unsere Essenkultur zu dieser Köche. Und schaffen sie sehr gut, meine ich. Wir haben eine italienische Speisekarte. Wir arbeiten tatsächlich fast nur mit italienischen Produkten. Inzufügen ist unser Küchenchef, der aus Deutschland kommt. Wir kennen ihn seit über zehn Jahren. Und seit über zehn Jahren, Remigio, und ich präge ihn hinein, die italienische Küche. Mittlerweile, glaube ich, wir nennen ihn Stefano und nicht mehr Stefan. Ja, finde ich auch schön, ne? Und da ich stets dafür bin, Qualität zu verbessern, wo immer es geht, weil Qualität beim Essen für mich ganz persönlich auch für Lebensqualität steht, wünsche ich dem Verein Artisti del Bel Paese eine große Menge Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen, hier auf NDR 90,3. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.